Kaleidoskop, die Neuheit, präsentiert von der Familie Nia aus Kassel. Neu, einzigartig, anders. Tauchen Sie ein in die völlig mysteriöse Steampunk-Welt mit Spannung, Spaß, optischen Täuschungen und völlig neuen Effekten. Am Eingang erwartet die Besucher die exklusive Spektraleffektbrille, mit der es zum Innenraum vom Kaleidoskop geht. Die Brillen können auch nach dem Besuch als Andenken mitgenommen oder am Ausgang abgegeben werden. Hinein geht es auf den mehr als 80 Meter Laufweg mit über 20 Effekten zu den ersten Räumen mit zahlreichen optischen Täuschungen. Die Spektraleffektbrille bietet hierzu einen einzigartigen Effekt. Heißherr geht es im Feuerraum. Durch speziell angefertigte Wärmestrahler wird hier eine angenehme Wärme erzeugt, die mit den Feuereffekten für ein besonderes und thematisiertes Feeling sorgt. Der große, drehende Kaleidoskop-Punnel sorgt mit zahlreichen Lichteffekten für ein einzigartiges Erlebnis. Abkühlung gibt es dank neuster und modernster Klimatechnik im exklusiven thematisierten Eisraum. Hierbei wird im Eisraum ein einstürzender Eisboden simuliert, der den Besuchern wirklich das Gefühl verleiht, im Eis einzubrechen. Nachdem die Besucher dem einstürzenden Eis entkommen konnten, geht es über die speziell hängenden, angefertigten LED-Light-Effekt-Stripes zum einzigartigen Kaleidoskop-Zahnradraum, wo die Besucher ein aufwendig angefertigter Steampunk-Film erwartet. Durch weitere Gänge mit Licht- und Sound-Effekten, optischen Täuschungen und spannenden Luft-Effekten werden unsere kleinen und großen Gäste sicher zum Ausgang vom Kaleidoskop geführt. Die Maße des Kaleidoskop betragen 14 Meter Breite auf 10 Meter Tiefe und 10 Meter Höhe. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich besticht Kaleidoskop durch die hochwertige Steampunk-Thematisierung. Ein absoluter Hingucker ist die effektvolle LED-Beleuchtung in den Abendstunden mit den vier imposanten, farbwechselnden Pyramiden und großem illuminierten Kaleidoskop-Schriftzug. Spezielle Lichteffekte durch Moving Lights, Bell-Sound-Anlagen im Innen- und Außenbereich, das durchgehend themenspezifisch gekleidete Personal in Steampunk-Optik. Ebenso sind alle Kühl- und Wärmegeräte für die Eiskammer und den Feuerraum auf dem neuesten Stand der Umwelteffizienzklasse A+++. Somit konnte der Energiebedarf auf nur 63 Ampere gesenkt werden. Kaleidoskop, die Neuheit, präsentiert von der Familie Nier aus Kassel. Lassen auch sie sich begeistern und tauchen sie ein in die mysteriöse Welt von Steampunk mit optischen Täuschungen, Licht, Sound, Luft-Effekten, Wärme- und Kältekammer, Parcours und vielem mehr. All das gibt es nur bei uns. Kaleidoskop wird auch auf ihrer Veranstaltung überzeugen. Wie hat es euch dann gefallen? Also ich fand es toll, es hat Spaß gemacht und ja, ich würde wieder mal hier reingehen. War sehr super gewesen. Es lohnt sich reinzugehen. Sehr gut. Es sind schöne Effekte drin, auch mit dem Eisraum, mit Kälteffekt und so. Macht Spaß. Das ist wahrscheinlich das Beste, was es hier auf dem Markt heute gibt. Sehr schön, wirklich. Toll. Und wie fandest du es? Sehr cool. Weitere Informationen unter freizeittechnologie-nir-kassel.de